Jetzt kann ich nicht mal deinen Socke mit meinem Zuhälter bekannt machen. Vielleicht könnte ich dich ja... Du brichst weg, Anna, ja. Das ist schön. Gibt's doch gar nicht, ey. Das war ein Witz. Oh Mann, ey. Faust hinter, Faust vor. Möglichst im Gesicht. Yoshi, guten Hunger. Was essen wir später? Yoshi, guten Hunger, lass dir schmecken. Bis später. Ja, haben wir noch ein bisschen. Sind ja noch drei Stunden. Und danach stream ich ja. Ja, genau. Dann gehen die weiteren 24 Stunden weiter. Genau. Ganz ehrlich. Ich mache einen YouTube-Channel mit, weißt du, nur mit Gerede. Mit Anekdoten. Whisky, talalalalala. Verstehst du Tennis nicht, Anna, oder wat ist los? Das glaube ich jetzt nicht, dass es, äh, 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 äh. Ah, jetzt geht's. Geht egal, ist grad voll in Stimmung. Kann ich jetzt hier jemanden einladen? Geht das denn? Ich probier's mal. Ich probier's mal. Was ist die Flachhütze? Ähm. Wo Flachhütze? Nein, Spielanladung deaktiviert. Du kannst den Spieler erst dann einladen, wenn er die Einführung von GTA Online abgeschlossen hat. Das Problem wird an mir liegen. Das heißt, ich muss das Spiel neu starten. Ich komm gleich wieder. Wisst ihr was? Ich mach das einfach mal. Und dann seid ihr gleich wieder da. Ja, ich muss den Stream kurz beenden. Und dann geht's gleich weiter. Seid mir nicht böse. Aber ich werde natürlich wieder, ich sag mal, so ein paar Minütchen brauchen, bis das alles erledigt ist. Und dann geht's gleich weiter jetzt zu dem. Ja, bis gleich. Online-Modus. Wenn einer mir vielleicht mal irgendwie ne... Ja. Okay. Kann ja nicht sein. Weil dann ist, dass uns heute GTA wahrscheinlich wieder ein bisschen buggy, oder? Wollen wir nicht jetzt hier... Nee, noch gar nicht. Was zum einen, offen? Ja, ich hab ja grad die Konsole auch neu gestartet. Ist jetzt gar nichts. Entschuldigung, wie kann ich nochmal das messen? Mhm. Jojo, jojo, jojo. Hau rein. Jetzt spinnt auch noch die Twitch-App auf dem Handy. Ich glaub's ja nicht. In Chat sauber. In Chat sauber halten von Ungeziefer. Hui. Pro Daniel? Ja. Was ist damit? Was ist damit? Hast du mich eingeladen? Wohin? Ah ne, Pro Daniel, das bist du nicht. Wohin? Okay. Hier. Jo. Momentan bin ich hier mit so 18, 17, 18 Leuten drin. Warte, ich könnte es eigentlich auch mal auf dem Ding wieder machen, auf dem Handy. So, ich finde mal... Was soll ich denn machen? Achso. Ja, ich finde dich noch nicht. Okay. Okay. Äh, yo. Ich bin's gerade. So, jetzt sehe ich dich. D-d-d-d-d-d. Mitte der... Diese... Diese... Diese was? Ah! Ich bin dumm, dumm, sehr dumm, sehr dumm, sehr dumm. Da werde ich dir nicht widersprechen. Äh... Auch alles wurscht, Hauptsache, die Socke ist am Start, genau, Hauptsache, die Socke ist am Start. Das ist wichtig. Du, duuut. Socke ist wieder am Start Ich hab einen Nattyp mit Consumer Ja super Na das ist ja toll Nattyp hat Banane mit dir Consumer Nattyp Problem hat Banane mit dir Das ist irgendwie Heute ist wieder der Wurm drin So schön funktioniert Ja Also langsam müsste Können Sie mal wissen Was das eigentlich nichts bringt Ja ich nehme auch die Einladung an Beitreten Schauen wir mal Musst ja normalerweise Die Online Details abrufen Aber wenn es schon zu lange dauert Wenn er nicht Was gibt's gar nicht Das ist so ein Problem Vorhin funktionierte es Oder was heißt vorhin Heute Morgen Ja Und jetzt Jetzt umsonst morgen Das kann gut sein Naja jetzt ist natürlich 16, 17 Uhr Jetzt sind sie alle Jetzt sind sie alle bei GTA drin wahrscheinlich Ja das wird bei mir Wahrscheinlich bei mir gleich ausstehen Warum hast du Nackenschmerzen Was machst du Nein Gott wie geht das denn Wer hat Nackenschmerzen Ich hab Nackenschmerzen Anna Schreib sie gerade in die Comments Die Sitzung kann nicht hergestellt werden Servus Patrick Direkt wieder schlechte Laune Warum schlechte Laune Bitte was Eine Mission Ja Ich mach's mal eben Jobs Hosten Ich schau mal eben Ähm Bum 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 Ja Möchte ich starten Ähm Warum hat Lowey Cupcake Dann schlechte Laune Was ist denn los Habe ich irgendwas verpasst Ich schau noch mal eben komisch diese musik schrecklich so ich werde mal was habe ich denn lach nicht flicks immer voller ernst beim nächsten mal erzähle ich dir ein paar stories aber das ist natürlich recht kacke ich kriege einen anruf ich antworte auf die schlechte laune wirst du hier nicht finden flexi ach so ja ich war so nett hab einfach mal ich hoffe die anderen kommen jetzt hier rein das gibt es gar nicht das ist der hammer so noch mal einladen dö 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 Innsus ist eine lange Weile zur schlechten Laune mit langweilen umgewandelt ist doch auch was diellaskontiller runterfallen angebrochen nicht so schlau das nicht so schlau luciana luciana ich hab noch mal eingeladen ach man jetzt muss das film wieder laden und ich kann die katzen comments nicht sehen das problem ist jetzt die freunde alle nicht an mit ja gut einzigen wir jetzt der konsum aber den ich schaue noch mal eben ich wollte jetzt auch wissen ich habe halt deinen ach komm tschö was ist denn jetzt hier los was ist denn los in den comments worüber wird sich denn gerade aufgericht also wenn ich das irgendwie richtig verstanden hat auf jeden fall jawohl drei stunden noch jetzt drei stunden dann haben wir es so wie sieht es aus mit den einladungen das ist ja super das funktioniert ja atemberaubend hier das gibt es gar nicht mit dem 1 mit dem einzelnen das funktioniert ist das klangkasper gerade so das ist das schlechtes highlight super super toll ja ja irgendeiner rutscht ja nach oben was ist der party master master auf die saß da so ja ich habe meine freundin dann wollten auf den stromkasten die nachbarin hat es verboten und gesagt wir sollten auf den glaskontainer er erzählt gerade warum sie da runter geflogen ist ach so ok ja 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 ich hoffe dass mit gta wird noch was ja ich hoffe auch ich will dass das socke ein bisschen was zeigt wieder es hört sich aber nicht gut an mit dem glaskontainer das ist aber mit lori cupcake das ist ein bisschen das hätte ich schon gerne gewusst was da los war schade drum ja brennnessel oh ja das tut weh aber lori cupcake ist noch da sie guckt wenigstens noch zu sie er guckt noch zu los ist 15 hat er vorhin gesagt groß zusammen von sommer so oh ja ich brutalisiere meinen gegner gerade mhm 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 ja ja bin fünf zentimeter neben einer riesenglasscherbe gelandet ach du kacke ja dann herzlichen glückwunsch für so viel glück ja ihn mhm hm 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 dein nagel ist abgebrochen was machst du denn mein gott aber sowas kann mir das intel glück nicht passieren Ach, mein Nagel, scheiße, mein Nagel. Mein Gott, was machst du denn? Ja? Frau. Okay. Ja. 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 Ja, da gibt's einen Server, da kannst du dann drauf joinen. Da ist... Ja. Wenn ich mir die Nagel lackiert hab, da ist alles heil geblieben. Mann, Mann, was du so erlebst heute. Ja. 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 Gibt's doch nicht. Das ist doch... Oh Mann, was soll ich noch mal... Jetzt Sascha auf die GTA-Einladung zu schreien. Entschuldigung, wenn ich auf Partymitglieder klicke, dann lädt er wahrscheinlich die ganze Party ein. Ja, und ich komme, ich komme, darf ich die Disquest einlegen? Mann. Nein. Gott... Goddammit. Aber nur ganz kurz, aber nur ganz kurz, vorbei. Du nimmst deinen Typen ja Socke, ne? Ich brauche auch noch einen Namen für meinen. Ich kann nicht sagen, Dragreen-Zuhälter-Rastafari. Sonst noch was. Socke. So. Du schwingst mich noch, Anna? Okay. Ja, ich glaub's auch. Schwingst du? Okay. Schwingst du? Noch 6,3 Stunden, dann aktiviert sie vorbei. Ich bin ja so ein bisschen mehr der Herbst-Typ, ja? Wann ist denn, wenn wir hier den Job starten? Könnt ihr dann zugucken und beijoinen? Geht das vielleicht dann? Kann das sein? Wir machen das mal. Damit ihr nicht, äh, äh, äh... Ach, ja. Das Ganze trostlos endet in GTA-Menüs. Ne, gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ah je, ah nein, das... Diese dumme Playstation, weißt du, ich hab wieder mein dreckiges Lachen und die Playstation sagt, du kannst mich jetzt nicht sprachgesteuert bedienen. Socke ist wieder am Start. Ich mach... Ich mach... Ich mach... Socke ist am Start. Äh, ja, Moment. Wir sind grade... Wir sind grade... Oder versuch vielleicht mal zuzusehen bei uns, weil wir sind grade in der Mission. Vielleicht klappt das ja so wie... Nein, tue ich nicht. So wie vorhin. Tue ich nicht. Einladung angenommen 30%. Juhuuu... Äh, 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 äh... Was? Gibt nicht nichts Socke. Meine heißt nicht... Dieser Job ist nicht mehr verfügbar. Ach du bist ein Rotz... Typ. Keine Ahnung. Huiiiiiii... Sollte vielleicht mehr Licht anmachen, also bis... Aua! 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 Scheiße, fuck. Versuch mit dem Kurt an der Wand entlang zu fahren. Socke! Juhu, Socke! Wo muss ich... Ah, wieso zeig der Fall nach rechts? Scheiße, fuck! Aaaaaah! Kacke, Scheiße, Mann. Socke! Äh, hoch! Oh, Schätzelein! Schätzelein, Rücken hab ich! Schätzelein! Schätzelein, Rücken hab ich, Schätzelein. Ich brauch jetzt erstmal nen Korn, wenn das so weitergeht. Oder ein Bier. Ich glaub ich trink mir gleich ein Bier. Zum Abschluss. Oder ein Bier. Oder ein Bier, ja. Zur letzten halben Stunde trink ich mir ein Bier. Boah! Also erst in zweieinhalb Stunden. Genau. Zweieinhalb Stunden trink ich mir ein Bier. Jetzt hab ich mir wohl oder übel verdient. Da kann ich auch gut schlafen dann. Das wird mir doch wohl keiner verwerten, oder? Also Sascha, was meinst du, in der Party treff ich dich dann übermorgen, oder? Ja, ne, wahrscheinlich eher, glaub ich nicht. Wahrscheinlich eher morgen. Ich bin morgen wieder fit. Das ist so... La, 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 la. So, das, warte mal, flaggier das jetzt? Moment, da konnte ich jetzt Konsuma einladen. Flagg kann ich jetzt noch jemanden... Slush! sein sein es kann ich nicht einladen ist das ist das thema noch muss die einführung spielen wie dumm ist das ding so kann ich denn sag mal sagt mir dann bitte wenn ihr mit eurer mission fertig nicht so oft sterben sonst wird die socke beschädigt genau ich kann ja mal gucken ob ich hier jetzt einladen kann während ich gerade in der mission bin warte mal ich hab das weiß ich zuhälter mit zuhälter auch ja ja ich bin drin aber ich weiß nicht ob ich in eurem spiel bin wir sind ja noch in der mission ich kann ja ja dann machen noch ein bisschen fertig und dann okay okay das wäre super oder versuch mal zuzuschauen banane das ist so genau versuch mal zuzuschauen bei unserer mission vielleicht klappt das dann okay so kann ich euch zuschauen und auf den namen gehen ich bin gespannt auf die reaktion des streams zu meinem charakter ich finde diese quads die sind so kacke zu lenken manchmal ja so ja unberechenbar sind sie wie kommst du denn die rampe da noch hoch ach guckst du es zu oder was ich guck jetzt zu bei mir oder war ja wie gesagt ich glaube ich nehme ich nenne meinen typen herbert herbert und socke Huch! Oh nein! Nein, nein, fuck, das war falsch! Nein! Scheiße! Fuck! Da hätte ich ein bisschen mehr Schwung gebraucht oder gebrauchen können. Dann machen wir das mal. Ich seh' dich gerade, ich seh' dich! Pflichterfolge! Aua! Aua! Fuck! Ja toll, jetzt fort hab ich wieder hier unten. Wie dumm ist das denn? Hui! Nein! Du bist so ein Trottel! Trotzdem auf dem ersten Platz! Nein, jetzt nicht mehr! Mann, fuck! So, jetzt aber, jetzt, 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 ich werd' doch, ich werd' doch erster! Willst du sehen! Aua! 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 Ach, Scheiße, komm! Ist das, ja, okay, Stefan ist im Spiel! Come on, Barbie, let's go Barbie! Oh, Mann! Ah, 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 ah! Ich hab' ne Typ mit Consumer, ja, das ist doch... Das ist doch irgendwie heute. Ja, weil Consumer rausgegangen ist. Achso. So, jetzt aber. So, wo muss ich hin? Hier muss ich irgendwo hin! Karpi, das Dach runter! Aua! Scheiße! Ich schaff das noch in sechs Sekunden! Fünf! Vier! Dreckig! Drei! Zwei! Scheiße, ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Fuck! Nie beendet! So! War wieder voller Elan! Ich bin wieder voll dabei! Ach, ja! Ach, ja! Jetzt komm' ich dazu! Schätzelein! Dann geht die Party mal richtig hier ab! Ja, komm' mal! Schätzelein! Da war ich, Schätzelein! Das ist prima! Wie machen wir das denn jetzt mit den... Achso, mit den Spiellisten! Dann müsstest du jetzt uns da irgendwie einladen dann, ne? Also... Ihr wollt Fallschirm springen? Okay! Ja, klar! Fallschirm springen! Und danach können wir ja mal so rumlaufen! Okay! Machen wir danach ein... Achso, warten wir noch auf Consumer jetzt? Wie das... Oder? Wir müssen ein bisschen so rumlaufen in der Welt und... Ja! Nein! Rebel Radio! Jetzt zeigt er mir auch die... Jetzt zeigt er mir auch die Ränge an von euch! Rebel Radio! Ja! Level 2 hab' ich! Ihr bräuchte euch nicht wundern! Ich hab's, glaub' ich, zweimal online gespielt! Je für 5 Minuten! Okay! Oh Gott! Ist deine... Ja, ich seh' dein Charakter! Das ist übrigens Daniels Charakter! Was ist das, ne? Drag Queen? Das sieht aus irgendwie... Mischung aus Rastafari! Das sieht aus wie Herbert im Leoparden-Dress! Mischung aus Rastafari, Drag Queen... Wir werden den gleich nochmal von nahe sehen! Den Herbert! Zoom-Halter! Der Herbert! Der Herbert! Der Herbert! Warte mal, wo haben wir denn den Herbert? Besonderes Augenmerk bitte legen! Auf die Schuhe! Auf die Schuhe! Moment! Ich kann... Ich glaub' ich nicht zoomen, ne? Oder ne? Doch! Ne, schade! Die Schuhe kann ich nicht sehen! Alter! Der Herbert! Der sieht aber auch... Meine Güte! Der Herbert! Der Herbert! Der Herbert! Der Herbert! Der Herbert! Der Liedschatten! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Herbert im Fallschirm! Tyrannimo! Die Socke springen!